So, zur Illustration der Auswirkungen des europäischen Primärrechts, speziell des europäischen Kartellrechts, auf das allgemeine Privatrecht noch ein kleiner Beispielsfall. Der Sachverhalt ist folgender. Wir haben einen französischen Unternehmer, der verkauft einem deutschen großen Baukonzern Zement und zwar eine sehr große Menge als sukzessivlieferungsvertrag, 60.000 Tonnen, die der Käufer K. einfach übers Jahr abrufen soll, wann er welchen benötigt. V ist der Verkäufer. Diese 60.000 Tonnen Zement sind mehr als 10% des gesamten französischen Zementexports nach Deutschland, also eine sehr bedeutende Menge. Die Preise sind fixiert, klar, im Kaufvertrag. In den Vertragsbedingungen steht jetzt eine wichtige Klausel. Erstens, K. sollte damit hauptsächlich seinen Eigenbedarf decken, also den Zement nicht weiterverkaufen, aber nur hauptsächlich. Er durfte schon auch weiterverkaufen, was auch wohl üblich ist in der Baubranche. Und K. schrieb in diesen Vertrag oder war nach diesem Vertrag verpflichtet, den Zement auf keinen Fall ins Saarland zu liefern. Also wenn er weiterverkauft, dann irgendwo hin, aber nicht ins Saarland, weil der V, also der Verkäufer fürs Saarland, Exklusivverträge mit anderen Abnehmern geschlossen hatte, die dann ins Saarland verkaufen durften. K. durfte aber nicht ins Saarland verkaufen. Diese Vereinbarung über den Nicht-Weiterverkauf sollte fünf Jahre lang gelten. Der Vertrag wurde dann in Gang gesetzt. Der V lieferte zunächst einigen Zement im Gegenwert von 200.000 Euro. Der ist noch nicht bezahlt. K. sollte jetzt bezahlen, wurde verklagt oder in Anspruch genommen auf Zahlung. Und K. sagt, nein, ich zahle nicht, weil unser Vertrag nichtig ist. Denn diese Einschränkung der Weiterverkaufsmöglichkeiten, die verstößt gegen das europäische Kartellverbot von L1 Absatz 2 AEUV. Das sei eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung. Frage, kann V von K. jetzt den Kaufpreis verlangen oder wenigstens Wertersatz für den gelieferten und von K. schon verbauten Zement? Zurückgeben kann man den also nicht mehr. Im Ausgangspunkt eigentlich ein normaler privatrechtlicher Sachverhalt, jedenfalls von der Fallfrage her. Aber natürlich mit einem kartellrechtlichen Ausgangspunkt, der inhaltlich jetzt nicht Thema des europäischen Privatrechts ist. Also bevor Sie jetzt über die Klausur nachdenken, da werden wir selbstverständlich keinen Fall stellen aus dem Kartellrecht, bei dem Sie Kartellrecht können müssten, um dann den Rest zu lösen. Uns interessiert hier jetzt nur die Auswirkung aufs Privatrecht. Wenn wir also unterstellen, das können wir auch schon im Sachverhalt machen, dass erstens diese Abrede, dass der K. nicht ins Saarland liefern darf, also K. nicht ins Saarland weiterverkaufen darf, dass diese Abrede eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung ist. Hintergrund ist, dass dadurch im Saarland der Wettbewerb gebremst wird. Denn dann gibt es ja einen Anbieter weniger im Saarland und dann können nur diese Exklusivanbieter, die der V ausgesucht hatte, im Saarland Zement verkaufen. Das schränkt den Preiswettbewerb im Saarland ein und dadurch müssen die Abnehmer im Saarland mehr zahlen, als sie zahlen müssten, wenn der K. auch ins Saarland weiterverkaufen dürfte. Also eine Wettbewerbsbeschränkung, beschränkt den Wettbewerb im Saarland und die ist auch unionsrechtlich relevant. Da gibt es so eine Bagatellschwelle der Spürbarkeit der Beeinträchtigung des Wettbewerbs und die ist bei 10% überschritten. Also 10% des Gesamtexports ist die Bagatellschwelle und hier ist im Sachverhalt ja mehr als das. Damit haben wir also auf jeden Fall einen Verstoß gegen Artikel 101, das Verbot der Wettbewerbsbeschränkung und Vereinbarung. So viel kann ich für den Sachverhalt schon mal feststellen, denn jetzt, die Fallfrage selbst, startet ja im Privatrecht. Wir wollen einen Kaufpreis haben. Vielleicht überlegen Sie selbst auch mal, wie Sie den Fall lösen könnten und halten das Video kurz an und skizzieren Ihre Lösung. Ich gehe jetzt weiter zur Musterlösung. Der Anspruch auf die Kaufpreiszahlung kann sich ergeben aus § 433 Absatz 2 BGB. Das ist ein ganz normaler Kaufpreisanspruch, nichts Besonderes Europäisches und das ist hier auch übrigens ein nicht harmonisierter Bereich. Der Kaufpreisanspruch ist kein Unionsrecht, ganz normales BGB. Dafür brauchen wir allerdings einen wirksamen Kaufvertrag. Zwei Willenserklärungen haben wir, das ist nicht das Problem, aber die Frage ist, ist denn dieser Vertrag wirksam? Möglich wäre ein Wirksamkeitshindernis nach Artikel 101 Absatz 2 AEUV, denn nach dieser Regelung sind ja die wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen nichtig. Das ist eine Norm aus dem Unionsrecht, die aber direkt ins Privatrecht einwirkt. Wir brauchen keinen 134 BGB, direkte Einwirkung ins Privatrecht. Die Subsumption von 101, wie gesagt, das ist nicht Gegenstand dieser Veranstaltung, das ist materielles Unionskartellrecht. Wir brauchen eine Wettbewerbsbeschränkung. Das ist hier der Fall dadurch, dass K. nicht ins Saarland verkaufen darf. Dadurch wird der Wettbewerb im Saarland eingeschränkt. Wir brauchen eine Spürbarkeit der Beeinträchtigung. Ja, weil mehr als 10% des französischen Expans betroffen sind und die Rechtsfolge ist dann nach Artikel 101 Absatz 2 AEUV die Nichtigkeit dieser Vereinbarung. Allerdings müssen wir jetzt genau schauen, müssen den AEUV beim Wort nehmen. Es ist die wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung nichtig, nicht der Kaufvertrag. Wir haben ja im Kaufvertrag ganz viele Abreden, Kaufpreis, Kaufmenge, Lieferkonditionen, was auch immer da noch alles drin sein kann, Gefahrtragung, Gewährleistung. Das alles ist ja nicht betroffen von dem Verbot einer wettbewerbsbeschränkenden Abrede. Das ist ja ein ganz normaler, neutraler Kaufvertrag, hat nichts wettbewerbsbeschränkendes. Wettbewerbsbeschränkend ist die eine Klausel, die besagt keinen Weiterverkauf ins Saarland. Also ist nur die nichtig. Was bedeutet das für den restlichen Vertrag? Wir sind wieder im BGB. Teilnichtigkeit eines Vertrages, eine Klausel ist unwirksam, der Rest nicht. Das richtet sich nach 139 BGB. Vorsicht, nicht 306 Absatz 1 BGB, wie es bei AGBs wäre, wenn die AGB-Kontrolle an der Inhaltskontrolle nach 307, 309 scheitern würde. Dann wäre nur die Klausel nichtig. Für das, was außerhalb der AGB-Kontrolle stattfindet, hier ein externer Unwirksamkeitsgrund. Das richtet sich schlicht nach 139 BGB. Die also die Teilnichtigkeit eines Vertrages führt, im Zweifel auch zur Gesamtnichtigkeit. Es sei denn, die Parteien hätten den Vertrag auch ohne diese Klausel geschlossen. Die Vermutung heißt erstmal Gesamtnichtigkeit. Und wir sehen auch keinen Grund, warum es anders sein sollte. Denn dem Verkäufer war ganz offensichtlich diese Wettbewerbsbeschränkung wichtig. Der hatte ja Exklusivverträge mit anderen Abnehmern für Saarland geschlossen. Diese Exklusivverträge hätte er gebrochen, wenn er hier noch dem K erlaubt hätte, in Saarland zu verkaufen. Also ist nicht davon auszugehen, dass er den Vertrag über den Zement geschlossen hätte, ohne die wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung. Damit bleibt es bei der Vermutung des 139 BGB. Der Vertrag ist insgesamt nichtig und damit scheidet ein Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus 433 2 BGB aus. Damit sind wir aber noch nicht zu Ende. Denn möglicherweise ergibt sich der Anspruch des V aus 812 111 Fall 1 BGB, also der allgemeinen Leistungskondition. Dazu ist erstmal die Frage, was hat der K erlangt? Eigentum und Besitz am Zement, an dem, was geliefert wurde, im Gegenwert von 200.000 Euro. Wichtig, Abstraktionsprinzip gilt auch dann, wenn der Nichtigkeitsgrund im Unionsrecht steckt. Nach wie vor ist nur die wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung nichtig. Das hat nichts mit der Übereignung zu tun. Das heißt, die Übereignung ist wirksam. Das ist interessant, weil es könnte in anderen Rechtsordnungen anders sein. Es gibt ja durchaus Rechtsordnungen, die kein Abstraktionsprinzip kennen. Hier sogar die französische Rechtsordnung, die kennt kein Abstraktionsprinzip. Da müsste die Nichtigkeit des Kaufvertrags auch durchschlagen auf die Übereignung. Aber wir sind ja im deutschen Recht. Wir wenden hier zwar in Umsetzung oder zur Durchsetzung einer unionsrechtlichen Vorgabe, aber doch ansonsten autonom deutsches Recht an. Und dann bleibt es eben auch beim Abstraktionsprinzip. Die Übereignung ist nicht nichtig. Einschränkung, es sei denn, der Grundsatz der praktischen Wirksamkeit des Unionsrechts verlangt das. Das ist hier aber nicht der Fall. Die Übereignung des Zements hat ja keine Auswirkungen auf die Wettbewerbsbeschränkung. Es gibt keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen dieser wettbewerbsbeschränkenden Abrede, des Veräußerungsverbots ins Saarland und der eigentlichen Zementlieferung, die der K für irgendwelche eigenen Bauvorhaben benötigt hat. Also verlangt auch der Grundsatz der praktischen Wirksamkeit des Unionsrechts nicht, dass hier die Übereignung nichtig sein müsste. Einen Gedanken ist es durchaus wert. Aber der Gedanke führt hier zu dem Ergebnis, dass auch der Grundsatz der praktischen Wirksamkeit des Unionsrechts die Übereignung unberührt lässt, sodass der K tatsächlich das Eigentum und den Besitz am Zement erlangt hat. Das Ganze geschah durch Leistung und ohne rechtlichen Grund, weil der Kaufvertrag nichtig ist. Allerdings könnte der Kondition möglicherweise die Konditionssperre des Paragrafen 817 Satz 2 entgegenstehen. 817 Satz 2 besagt ja, dass wenn auf einen Gesetzes- oder sittenwidrigen Vertrag geleistet wird, die Rückforderung ausgeschlossen ist, wenn der Leistende den Sittenverstoß kannte. Hier ist es tatsächlich so, wir haben einen Gesetzesverstoß, der fällt unter 817 Satz 2, der Verstoß gegen das Kartellverbot oder gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen. Und dieser Verstoß war natürlich beiden Parteien auch bewusst. Die kannten jedenfalls den Sachverhalt, der dahinter liegt. Die rechtliche Wertung müssen sie nicht nachvollziehen. Aber die wussten letztlich, dass das eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung ist. Das war ja gerade das Ziel der Vereinbarung. Frage, führt das dazu, dass jetzt die Kondition ausgeschlossen ist, nach 817 Satz 2 und der Verkäufer also den Zement nicht zurückverlangen kann. Auch wieder, wir müssen gucken, was verlangt das Unionsrecht. Nochmal, es ist nur die wettbewerbsbeschränkende Abrede selbst nichtig. Der Rest und wirklich der zentrale Gesetzesverstoß. Der Rest des Vertrages begeht keinen Gesetzesverstoß. Der ist zwar über 139 mit nichtig, ist aber nicht selbst gesetzeswidrig, sondern ist vollkommen legal. Das ist ein ganz normaler Kaufvertrag. Sowas kann man abschließen. Man darf nur diese Klausel nicht reinnehmen. Jetzt ist die Frage, worauf bezieht sich dann 817 Satz 2? Nach ganz herrschender Meinung ist die Norm insofern eng auszulegen, als sie sich nur auf das bezieht, was tatsächlich gegen das Gesetz verstößt, das gesetzliche Verbot verstößt. Also das, was geleistet wird in Erfüllung der spezifisch verbotswidrigen Vertragsabrede. Verbotswidrig war hier aber nur die wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung. Also nur das kann nicht zurückverlangt werden nach 817 Satz 2. Nur da ist die Rückforderung gesperrt, wo die Leistung, eine spezifische Leistung auf die verbotswidrige Abrede war. Hier gibt es aber gar keine spezielle Leistung auf diese Exklusivität oder auf das Weiterveräußerungsverbot in Saarland. Da gibt es keine extra Leistung drauf. Das kann anders sein. Es gibt auch kartellrechtswidrige Verträge, in denen sowas spezifisch vergütet wird, also ausgemacht wird und du kriegst noch eine Prämie dafür, dass du es nicht in Saarland verkaufst, weil wir ja auch sehen, dass es dir wirtschaftliche Einbußen macht, wenn du nicht in Saarland verkaufen darfst. Also du kriegst dafür eine Prämie. Dann hätten wir dafür, 817 Satz 2, diese Prämie für die kartellrechtswidrige Abrede. Aber hier gibt es keine spezifische Prämie. Das ist sozusagen eine unentgeltliche Zusatzabrede. Und wir sehen auch nicht, wüssten nicht, was für ein Kaufpreisanteil darauf vielleicht entfallen würde. Also wir haben keine Leistung, die wir speziell dieser Abrede zuordnen können. Dementsprechend stört die Konditionssperre im ersten Zugriff nicht, weil das Deutsche Recht sagt, 817 Satz 2 bezieht sich nur auf die Leistung, die gerade auf die verbotswidrige Abrede erfolgt ist. Und das ist hier keine Leistung, insbesondere nicht die Zementlieferung. Frage verlangt das unionsrechtliche Prinzip der praktischen Wirksamkeit, also der Effektil, dass wir den 817 Satz 2 jetzt anders auslegen. Könnte ja sein, dass das Unionsrecht verlangt, dass wir das Privatrecht abschreckend auslegen, sodass kartellrechtswidrige Abreden möglichst vermieden werden. Das wird auch vertreten durchaus, dass man sagt, ja, so ist es ja ein zahnloser Tiger. Wenn wir jetzt nämlich den 817 Satz 2 nicht anbieten, äh, nicht anwenden, dann hieße das für den Verkäufer, dass der relativ risikolos gehandelt hat, denn er würde jetzt seinen Kaufpreis kriegen, beziehungsweise zumindest Wertersatz für den Zement, nicht den Kaufpreis, das haben wir ja gesehen, aber Wertersatz für den Zement würde er bekommen. Das tut ihm dann nicht besonders weh, dass hier die wettbewerbswidrige Abrede aufgeflogen ist. Deswegen müsste man vielleicht, um dem unionsrechtlichen Verbot hier zu praktischer Wirksamkeit verhelfen, den 817 Satz 2 weiter auslegen und sagen, dass die Konditionssperre muss auch die Leistung auf den Vertrag betreffen, auch wenn der Vertrag an sich vollkommen neutral ist. Das wäre ein denkbarer Ansatz. Die Frage ist, verlangt das wirklich das Unionsrecht zu seiner praktischen Wirksamkeit? Denn wir haben ja durchaus Sanktionen. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir den 817 Satz 2 hier nicht anwenden, dass wir dann keine Sanktionen hätten, sondern für den Verstoß gegen Artikel 101 gibt es Bußgelder, und zwar massive Bußgelder auf Seiten der EU. Es gibt die Nichtigkeit des Vertrages, die schon mal lästig genug ist, weil wir kämen hier bei 812 niemals zum vereinbarten Kaufpreis, sondern nur zum objektiven Wert des Zements. Da fällt der Gewinn von V weg. Also schon das ist auch empfindlich. Und wir haben noch 823 Satz 2. Der 101 AEUV ist nämlich auch ein Schutzgesetz im Sinne von 823 Satz 2. Das heißt, wenn andere, insbesondere Drittabnehmer, Schäden dadurch erlangen, zum Beispiel Kunden im Saarland, die jetzt mehr zahlen müssen für Zement, weil es keine Konkurrenz gibt, die können das, was sie mehr zahlen, auch im Schadensersatzwege verlangen. Von unter anderem von V hier. Und das ist dann in der Summe doch eine ganze Menge an Sanktionen. Ja, Vertragsnichtigkeit, möglicher Schadensersatzanspruch und vor allem Bußgelder, sodass man nicht sagen kann, es wäre nicht praktisch wirksam sanktioniert. Das ist abschreckend in der Summe. Da brauchen wir nicht überdies auch noch eine Sanktion in Folge von einer Anwendung des 17 Satz 2 mit der Folge, dass man gar nichts für den gelieferten Zement bekommt. Und so sagt jedenfalls die herrschende Meinung, es ist eine hinreichende Sanktion. Der Grundsatz der praktischen Wirksamkeit verlangt nicht, dass 1817 Satz 2 ausgedehnt wird über dasjenige hinaus, was er sowieso sperren würde, nämlich den Zugriff auf eventuelle Prämien für diese Exklusivitätsabrede. Mehr ist auch vom Unionsrecht her nicht verlangt. Kann man anders sehen, wird in der Literatur auch anders vertreten. Aber die herrschende Meinung sagt, das genügt, was sonst schon an Sanktionen da ist. Das heißt, die praktische Wirksamkeit wird nicht in Frage gestellt, da die praktische Wirksamkeit des Kartellverbots wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass man die Konduktionssperre eng auslegt. Damit kommen wir zur Rechtsfolge. Eigentlich müsste der Zement herausgegeben und übereignet werden. Das geht aber nicht, weil der schon verbaut ist. Deswegen schuldet K Wertersatz. dass wir jetzt nicht mehr interessiert sind.